Moin moin und willkommen zurück zu den Unweiten von No Man's Sky. Wir werden heute versuchen an eine Menge Geld ranzukommen und diesen Planeten, auf dem wir uns gerade befinden, weiter zu erforschen, um den so anscheinend verfügbaren Geldboni, Unitboni zu ergattern. Ich weiß nicht, wie gut man da vorankommt. Ich weiß auch nicht, was man da für finden muss. Das steht ja auch nicht wirklich da. Aber das soll sich aufhalten. Von daher erstmal schauen, was macht unser Anzug hier. Wir müssten bestimmt noch was zum Verkaufen haben. Leider ist die Aufnahme vom Stream defekt gewesen. Und ja, ein gewisser Rückschlag, aber was soll's. Wir machen das Beste draus. Und ich weiß gar nicht, was das Gelbe da hinten eigentlich ist. Können wir gleich mal gucken gehen. Na, Minium, wie geht's? Verkaufen. Das Gold kann weg. Das Iridium kann weg. Iridium, kommt auch weg damit. Die zwei Eisen können weg. Das Iridium weg. Und sonst haben wir jetzt mehr. Dann müssen wir unser Schiff noch zu Ende reparieren. Dafür brauchten wir das da. Kaufen. Zack. Haben wir. Rein hier. Und repariert. Warum ist das rot? Ja. Ist einfach nur so rot. Und da mitladen. Hier mitladen. Gut. Wie viel Geld haben wir? 800.000. Das ist schon mal nicht wenig. Was haben wir schon alles erforscht? Wir können dem hier eigentlich mal einen Namen geben. Wie nehmen wir das? Ich denke mal, wir hängen das Hinkelhausen. So. Enter bestätigen. Gespeichert. Die Blumen. Die Lagefalle hoch. Da gibt es nicht auch ordentlich Kohle für. Was haben wir hier noch so schönes? Wir können es nicht bleiben. Ach, dann werden wir es mal zu hoch. Ob es zahlt. Gut. 33 Prozent haben wir. Wir heben ab. Jetzt hat die Frage, was können wir am besten. Da ist ein Signal. Das kennen wir glaube ich schon. Und wir können auch mal landen. Ich war gerade fragen, ob wir da nicht landen. Aber anscheinend. Manchmal ist das Landen echt ein bisschen merkwürdig. Man drückt auf Landen. Da steht dann Landensequenz einleiten. Und dann fliegt er einfach so schon weiter. Und ja, hier waren wir im Livestream. Kannst du noch mal aktivieren. Was für dieses Mal schön ist. Da waren wir überall schon. Da hinten ist noch eine Basis. Lebensform entdeckt. Unterschlupf. 19 Minuten. Da können wir ja mal in die Richtung gehen. Oh, fliegen. Viel mehr. Ich gehe doch nicht. Manchmal das Gefühl, dass der Spielstand nicht richtig gespeichert wird. Aber da bin ich noch nicht weiter hinterher gegangen. Unterschlupf. Alles. Ja, kennt man. Gehen wir mal vor Gas. Dann dauert es auch ein paar Sekunden. Bisschen umschauen. Aber hier gibt es weit und breit nichts. Ja, wir haben im Livestream ein neues Schiff gefunden. Das ist dieses schöne pinke etwas. Hat ein paar Plätze mehr. Was ist da explodiert? Auch ein bisschen fighten. Ja, komm. Ein bisschen fighten wieder, wa? Waffe gezückt. Waffe geladen. Und dann wollen wir jetzt hier ein bisschen zerstören. Und dann wollen wir jetzt hier ein bisschen zerstören. Wo ist er? Ja. Wächtert umgekehrt. Und dann wollen wir jetzt hier ein paar Mal machen. Bist du dann ein bisschen zerstören. Anfänger. Und dann fahren wir schon mal wieder. Gut, dass wir ein schönes Schutzschild haben. Oh, unser Ex-Anzug, besser gesagt. Hoppala. Wo, 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 wo? Da. Komm her, dich haben wir auch noch. Oh, nice board. Isotop. Ein bisschen komisch. Einige der Worte kenne ich nämlich eigentlich schon. Ein bisschen die Rhygium noch mitnehmen. Das bringt ja auch noch schön Gold. Äh, Gold sag ich schon, Units. Einmal. Sauber entlangfräsen. Und das waren dann auch schon... 156. Alles rüber. Wie viel kann ich jetzt decken? Auch 500, okay. Gut. Wollen wir den Rest auch noch mitnehmen? Na, kleiner? Also, interessanterweise ist es egal, wenn man diese, ähm... ...ja, Klötze abbaut. Aber sobald man halt so die Kristalle abbaut, dann sind die sehr penibel. Dann scannt die das und greift man an. Und hier kann man jetzt gemütlich daneben stehen und die Wächter lassen in Ruhe. Also, ein bisschen komisch noch, aber da kommen sicher noch die einen oder anderen Updates von den Entwicklern des Spiels. Aber jetzt auf jeden Fall nicht die Kuhle abbauen. Wenn du so dicht auffährst, dann, äh, oder fliegst, dann wirst du auch vernichtet. Und da hat er mich verloren. Und da begrüßt wir ihn. Moin, 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 moin. Oh, scheiße. Nachladen. Zack, weg das Ding. Wie in der Granate. So, den Scanner wieder. Gut, dann haben wir alles. Hoch mit dir. Haben wir nicht gebraucht, okay. Das hinkende, keine Ahnung. Egal, ist mir egal. Hoch hier. Ich mache jetzt eine ganze Menge Iridium. Platin. Bringt noch gut Geld. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Wollen wir noch mal eben gucken, was hier unter uns ist. Das könnte nämlich ein... Oh, ah. Ja. Klar. Wir parken vorm Abgrund. Damit der Friedrich so erstmal reinfällt. Moin. Moin. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greif. Mein Verstand fühlt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte der Gag. Äh, füllt so. Äh, die niederen Gags sind die unterlegene Art. Sie vegetieren in Teichen, pflanzen sich fort und sterben in Bedeutungslosigkeit. Die erstgebrüteten Gag erobern Welten. Jede einzelne ihrer Sprösslinge hinterlässt seinen Abdruck auf dem Schicksal der Galaxie. Aber wir wollen mich um Hilfe der Sprache fragen. Strahlung. Alles neu. Zuck, wieder rein. Dann können wir auch mal eben schnell... ...das hier wieder laden. ...und abheben. Da hinten, ne? Ne. Ähm, wo war denn... ...doch, war da, ne? 19 Sekunden, 9... ...6... ...und abhain. 20 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden. 20 Sekunden, 10 Sekunden. 20 Sekunden, 10 Sekunden. 20 Sekunden, 10 Sekunden, 12 Sekunden, 10 Sekunden. Hoffentlich hab ich getroffen. Wir landen auf jeden Fall auf dem... Ja, perfekt. Moin. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal kurz gucken... ...wir brauchen ein paar Sachen dabei. Eisen. Zin, Titan, Tamium, Platin, Zink, Eridium, ja sollte reichen, nochmal ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen. Gut, dann muss das auch mal weg. Moin, Minion. Gag, irgendwas, Freund. Um Units bitten? Um Heilung, um neues Wort. Units brauchen wir eigentlich nicht mit dem neues Wort. Er ist einverstanden zu helfen. Interstellar haben wir gelernt. Gut, dann gehen wir gleich mal zum Verkauf über. Das Ambulat können wir verkaufen. Das ganze Hieridium können wir wegticken. Das Platin hauen wir weg. Jo, das war's. Dann können wir davon drei Module weghauen. Noch mehr Platin. Jo, wir haben eine Million Units. Jo, perfekt. Oh, ein abgestürztes Etwas. Och, wir waren hier schon. Das ist ja ärgerlich. Hat das Signal zum selben Punkt gebracht, wo wir schon mal waren. Jo. Jo, mal gucken, wie viele Stehen noch anpassen. Viele sind es ja nicht mehr. Dann fliegen wir jetzt einfach mal auf zum nächsten Fragezeichen. Gleich hier auf der anderen Seite. Und landen bitte. Ganz schön trostlos, der Planet hier. Zeig dich und ich vernächte dich. So. Blödes Vieh hat mich gehauen. Das sieht man noch gerne. Ich hab' gar keine Lust. Gut, den Punkt haben wir auf jeden Fall erforscht. Petonium, dich haben wir auch nicht. Wer bist'n du? Das ist noch irgendwas, was wir nicht erforscht haben. Oh. Gott sei'n, irgendjemand hab' ich doch hier. Weg hier. Die zwei Mann können da gerne weitersuchen. Waren wir hier schon drin? Nee, machen wir nicht. Maximum haben wir schon. Sonst ist hier nix drin. Schrei ruhig. Ich tue dir nix. Abheben, achso, Schokolade sind leer. Da geht ganz schön was rein. Schade, ich war ja den Salto machen. Wer ist denn hier so? Niemand. Ist einfach nur ein Punkt. Okay. Aber das sehe ich noch ein bisschen, äh, Petonium. Der wird wieder scannen. Aber wir hatten doch da, oh, wie kommen wir da jetzt noch? Ähm. Wir fliegen erstmal hier rauf. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Oh, meint ihr, wir schaffen das? Ich glaube, wir werden jetzt hart uns auf die Fresse legen. Ja, immerhin, äh, den halben Gipfel erreicht. Ach, so, perfekt. Hier ist nämlich eine Markierung. Aber was ist denn hier? Oh, Eridium. Und Titan. Das nehmen wir noch gerne mit. Gucken wir mal, wo wir jetzt noch hin können. Nee, komm, zurück zum Schiff. Aus dem Weg. Schiff, 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 da. Ich springe. Uh, nein. Wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwas mit Fullspeed eine größere Basis finden. Oh, das nehmen wir auch gerne. Und gelandet. Diese Upgrades sind nämlich auch richtig praktisch. Mehr Speicher. Wir brauchen eine Menge Speicher. Zack. Ähm, ja, für 80.000 nehmen wir. Wir haben eine Million. Was sind da schon? 80.000. Und da sieht auch noch ein neues Wort voraus. Komm, 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 komm. Das ist mal eben angemacht. Sonst sagen wir was schönes hier näher. Was bist du denn? Was ist das denn? Ihr Matus irgendwas. Wir müssen alles scannen, alles mitnehmen. Ansonsten sehen wir hier jetzt erst mal nix irgendwo. Naja, kurz die Aussage zu checken. Da, die Startschubdüsen wieder laden. Dann können wir das auch mal eben laden. Das wieder laden. Und tschüss. War es sich so spektakulär. Was ist denn da? Ein Bett runtergehen. Ach, ein mobiler Händler. Dann können wir auch die Sachen verkaufen. Heißes Teil. Abbrechen. Einfach hochladen. Die Namen gucken wir noch mal bei Gelegenheit. Wir haben jetzt hier noch mal elf Prozent dazu bekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf fehlen noch. Dann machen wir Gold weg. Redium, Platin. Studen. Eisen, alles rüber. Ach, die beiden Planeten. Schon eine schöne Aussicht. Gut, jetzt müssen wir mal uns nicht wieder runterholen lassen. Geben wir mal ein bisschen Gas. 100 Uhr haben wir. War ein bisschen zu früh. Dafür sind wir jetzt da auch noch dran. Das müssen wir mitnehmen, weil wir haben ständig Mangel. Zack, das haben wir schon geschafft. Jemand hier. Scheinbar nicht. Wieder ein Punkt erforscht. Na, kleiner? Das kennen wir ja alle schon. Ah, ein paar Units. Ich muss einmal gucken, ob es hier nicht eine Verbesserung gibt. Ich könnte mir den Plaster-Häufer reinbauen. Oh, mein nein. Was können wir denn hier reinbauen? War doof. Ich habe mir das kaputt gemacht und ich habe nicht genug Ressourcen, das wieder zu bauen. Was bist denn du? Warst leider nicht auf meiner Liste. Daher kommt es einfach mal hochladen. Leute, hast du jetzt gelegt? Also. Ich renne schon. Das, das. Ach, lol. Ich höre jetzt nicht ganz gerauscht, das Gezüche, und dann ist die nehmen wir uns so eine Technik. Und das war der Sohn. Eine Spur der Verwüstung. Oh. Kriege ich den schon? Ja, der hat ein grünes. Was ist das hier? Da musst du sehen, ne. Ein neues Pünktchen. Ich weiß nicht, greifen wir die an, oder greifen die jetzt nicht an? Was ist das? Wir können es ja mal leben lassen. Solange wir hier drin jetzt was von dem Pünktchen finden. Okay. Jungs, zumindest, ich kann euch nicht am Leben lassen. Das ist jetzt ernsthaft die Wächter-Einheit links neben mir zu doof. Scheinbar. Ja, die KIs sind nicht die hellsten, muss man leider feststellen. Der andere scheint hinter dem Gebäude festzudenken. Erstmal die Technologie. Warum erstmal nicht? Kunststoff. Monitors. Schildwiderste brauchen erstmal nicht. Gesundheit? Ne, brauchen wir nicht. Gag-Operationszentrale. Zriet et cest andocken. Der Sicherheitsalarm verschlüsselt den Bildschirm. Er besteht aus einem chaotischen Durcheinander von Wörtern. Es ist gerade ausreichend textsichtbar, um mich zum richtigen Arbeitsablauf zu führen, der die Installation wieder reaktivieren würde. Woher weiß ich jetzt, was ich da nehmen muss? Ja. Mensch, ich mache es auch mal falsch. Also wenn ihr mal einen Tipp habt für mich, was ich da richtig machen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe gar keine Ahnung. Oh, ich kann dich aber noch. Ach, die kann ich auch schon, genau. Wer bist denn du? unbestimmt zugänglich. Oh ja, da kommt jemand. Da haben wir noch geparkt. Da hinten haben wir geparkt. Du, 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 du. Das ist nix. Nix außer Ösland. Alles Ötland. Gut, wir wollten mal schauen, dass wir zum jetzt eine größere Basis finden, wo wir erstmal bleiben können. Und das ist die Folge auch schon bald vorbei. Da kommt schon. Und drinnen da. Und Gas geben. Hoin. Ach. Dann werden wir mal da vorne hinfliegen. Weil das sieht doch so aus, als ob hier noch etwas mehr dran ist, oder nicht? Also wie gesagt, das Landen ist manchmal echt glückssache. Komm, stirb schon. Danke. Erstmal alles plindern. Danke. Lass mich raten, muss da reinballern. Ich hoffe nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte zivilisiertes Gagpersonal finden. Ja, nice. Före-Ration-Gag. Ach. Nett. Ausdachsteigerung. Erschöpfungsdämpfungssystem. Ah, cool. Was haben wir noch? Perfekt. Genau, die habe ich gesucht. Durch Stufe 2. Da ist rot, da ist rot. Um welche Hilfe können wir dich denn noch bitten? Oh, mein neues Wort. Oh, mein neues Wort. Geräusch. Ach, die Zahlen. Ja. Ja. 9, 7, 8, 0. 7, 8, 0. 9, 8, 0. 9, 8, 0. 9, 8, 0. 9, 7. Das rutscht immer ein nach links. Ja. Da muss ich nur am Anfang stehen. Haha. Mein Instinkt war gut und meine Berührung hat was ausgelöst. Was passiert hier? Oh. Eine Ruine. Nice. Coole Teile. Man weiß, wie man sie bedient. Dann, ne? Na ihr? Ganze Menge Titanen. Du musst weg. Du musst auch weg. Äh, äh, äh. Da. Wenn die Wächter meinen, mich hier aufhalten zu wollen, dann, äh, mach ich sie halt weg. Das habe ich jetzt wieder erreicht. Wächterkill-Score, ja. Gut, das haben wir. Danke. Ihr sollt mich nicht stören. Ich will hier farmen. Ich habe einen ganz großen Need auf die ganzen, äh, Kristalle. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal. Oh. Das war schlecht. Danke, Lena. Verdammt. Nicht genug Rede. Los, hinter. Verräck. Na, mein Jungs. Los, verräck. Verräck. Oh, Mann. Gut, ähm. Was haben wir denn schon hier drüben? Plutonium. Das Tamium können wir reinhauen. Das können wir reinhauen. Hä? Sie verarschen. Mein Augenblick zu weit weg. Im nächsten Augenblick sind wir da dran. Was haben wir denn? Hä? Wo soll ich euch? Was haben wir denn? Oh, Mann. Hm, naja, egal. Titan kann man nicht liegen lassen. Und schnell rein, gut, wir haben viel geschafft, viel gesammelt, aber auch diese Folge muss irgendwann mal zu Ende gehen, daher danke ich euch fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Da haben wir wohl ein paar Notrufkoordinaten gefunden. In welche Richtung geht's? Zack. Abgestürztes Schiff, 5 Minuten. Komm her, er ist getroffen, 10 Stück. Oh, und noch die Urs mit dem. Also langsam geil, find ich gefallen an den ganzen Leuten hier. Ja. 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 Ja.